Das kluge Zwiebelchen Hallo Kinder! Ich bin das kluge Zwiebelchen und heute lernen wir wieder die Farben. Ich zeige euch die Farbe Weiß. Guckt mal, das ist die Farbe Weiß. Lasst uns das Buch lesen und herausfinden, was Weiß sein kann. Schaut, das ist doch das Flugzeug. Es ist groß und weiß. Es fliegt an den kuscheligen Wolken vorbei. Und sie sind auch weiß. Das Flugzeug hinterlässt eine weiße Spur. Ach, wie schön! Das ist der Wald im Winter. Alles ist mit dem weichen, weißen Schnee bedeckt. Aber was ist das? Das sind die Spuren auf dem Schnee. Wow! Hier ist ein Häschen! Ihr merkt das schon. Sein Fell ist weiß. Super! Und das ist eine Kuh. Sie hat Flecken. Und die Milch, die sie gibt, ist auch weiß. Aus der Milch wird weißer Quark und weißer Joghurt gemacht. Seht mal genau hin. Was ist noch weiß auf diesem Bild? Richtig! Der Zucker. Und was noch? Ja, die Blumen haben weiße Blütenblätter. Und jetzt lasst uns malen. Die Blätter im Zeichenblock sind alle weiß. Deswegen, wenn ihr etwas Weißes malen wollt, müsst ihr nur die Konturen ziehen, ohne das Bild auszumalen. Wir malen drei verschiedene Kreise. Sie stehen aufeinander. Nun malen wir noch die Arme, Augen und die Nase. Und schon haben wir einen Schneemann. Das geht ganz einfach. Probiert selbst! Viel Spaß! Tschüss! Abonnier den Kinderclub-TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Das geht ganz einfach. Drücke auf den Knopf Abonnieren neben der Giraffe. Gleich jetzt! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Musik 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 Himself Musik Musik exec